my heart keeps starting i find a way to fight it aggolum lalalalala in the world lalalalala aggolum jo Leute was geht willkommen zurück zu Der Last of Us weiss ich ok du musst Respekt haben ok ja Leute letzte Folge hier stehen geblieben wird lässt folge nicht gesehen hat schaut sie euch unbedingt an jetzt machen wir mal weiter aber zuerst sich dann auch kurz schauen ob es ja genau danke da ist auch noch was ja wir sind schon weg kommen das ist in diesen 13 folge lasst fast schon krass ich habe nur schon mal machen wir auch immer noch perfekt scheisse munition munitionen Ich hoffe es stört nicht allzu fest, ich habe nebenbei noch den Ventilator am laufen, weil es bei mir so heiss ist. Warte! So! Perfekt! Gute Idee! Jetzt hilf mir doch mal hoch! Ja, ich wollte dich doch! Ich glaube ich kann es irgendwie nicht machen, da... Hä? Was ist das für ein Bug? Ich kann nicht machen, dass die hochkommen. Ist das für ein Witz? Was 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 ist das für ein Witz? Was? Was? Wir hätten nichts tun können. Ich weiss. Aber... Oh, Mann. Ey, das ist krass, Mann. Ich bin zur Brücke. Okay. Jetzt fährt er sich überall durch. Ach du Scheiße, das wird jetzt lustig, Mann. Ah ja, klar, und hier sind schon Gegner. Ach, come on. In dem Trott muss eine ganze Armee sein. Wie haben wir es geschafft, die Crew da drüben auszulöpnen? Mal los! Mal los! Mal los! Mal los! Alter, Ellie! Moment, jetzt ist der Marsch da. Komm. Nimm die Stolzstange. Wie krass war das jetzt, Alter? Oh, ey, ja. Hier kommt nicht gleich da unten zu springen, ne? Ab hier kommen wir runter. Perfekt. Oh, scheiße. Uhu, mein Leben, meine Leben. Oh, mein Leben, meine Leben. Okay, drei, eins. Ich stehe den, wenn wir schon können. Perfekt. Keine, desto. Na hier sind wir runter. Oh, mein Leben. Oh, mein Leben, meine Leben. Ich stehe den Wald. Oh, mein Leben! Ich habe es irgendwie schon geahnt, aber... Oh, okay. Ihr wollt das Spielchen zuspielen? Scheiss! Ja moin, ich habe nicht mal Munition für die Schrott. Ach komm ey! Wo ist dieser Fedder, verdammt? Alter, ich... ey, das wusste ich nicht mehr, dass dort die Scheissfallen sind. Fuck! Scheisse! 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 Das bin ich ja jetzt schon, aber... Eigentlich will ich das letzte Minikit jetzt nicht... Scheisse! Hast du das gesehen? Nein! Scheisse! Mein Leben! Mann kann ich keins herstellen! Scheisse! Ich habe es geschafft! Ich kann es nicht mehr umgehen? Es sind hier drin Ohoho jojo Eins, zwei Einer Was haben wir über zwei stücke gepackt Ja sicher man Verrückt, Alter. Verrückt. Lost. What the fuck, Alter. Was geht ab? Scheiße. Hey Mann, an... Ah ja, nice. Da ist auch noch einer, ne? Ja, und ich töte dich, Arschloch. Das ist gut, dass du da reingest. So, lost. Ach du Scheiße. Gut. Truck natürlich. Okay. Gut, was ist da noch? Munizion, munizion. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Was? Ah ja, moine. Ja, hoch. Ja, komm her, Ellie. Okay. Wirklich, ich finde dieses Game so nice gemacht. Ich, wirklich. Das ist so nice. Oh. Ja, das ist natürlich geil, wenn wir schon fast an der Brücke sind. Tommy, wie kommen wir? Ich habe in sowas gewohnt. Quarantäne-Zone in Boston. Geht das? Ne. Militär Vorbereitungsschule. Ja, er ässert sich. Bombe, dieses Game. Und ich freue mich wirklich mit euch, äh, Last of Us 2 Let's Playen zu können. Äh, 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 äh. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Jetzt müssen wir es so sprauken. Let's rock ein, zwei, ah, da. Das könnte jetzt lustig werden. Perfekt. Muss ich die wirklich töten oder kann ich mich einfach da wegschleichen? Ich frage, wo wir hin? Wir sind ja ok. Das ist der einzige Ort, der mir hier im Weg steht. Hör zu, Mann! Wir können das doch regeln, oder? Der Truck ist das Problem. Wer steht dort? Roter Truck. Wenn wir in Sicht kommen, dann knallt er uns ab. Einen. Einen. Zwei. Zwei Stück, wenn es noch... Mein Problem ist, ich weiß nicht, wo ich hin... Da den Noten... Ich muss mal sagen... Beim Sprach werfen, wo er gut zum china braucht... ich werde vielleicht nicht hin. Steigen auf, wo ihr werfen sind... oder ein Platz mit dem contrario auszuschätzen... Können wir das zugucken... Reizen. 馬renそれでは... Treiben. was warum wissen sie wo wir sind ja moin das ist das für ein witz auf seine flanke an ok Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ai, ai, ai. Ah, gut, gut. Danke, Ali. Ja, ja, gar nicht schlecht. Aber dafür haben wir jetzt ein Problem. Dass ich... ...diesel scheiss Alten dran zerriss. Ai, nein. Nein, nein. Fuck. Ja, wie hat er mich gesehen, Alter? Und das ist mir jetzt, Alter. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Let's go. Das ist nicht normal. Das ist doch übertrieben, Junge. Oh, okay, Moment, da ist hier drüben noch was. Ja, nein, es ist Munition. Munition, Munition. Ach du Scheiße, der ist im Hinterhof. Ja, Moin. Alter Schwebe. Ey, ja und jetzt? Tschuldigung, was wird das? Was wird das? Aha, dann müssen wir schauen doch. Nein, nein, ne. Wenn es das heisst hier hin. Ja, das geht ja gar nicht. Aber wenn er dort ist, will er auch nicht weiter gegen die andere Seite. Weil er wieder auf das scheiss Brett geht. Hallo? Oh, mein Gott. Toll. Ey, nee. Ja. Ja, ein bisschen peelen. Ja, das geht ja gut. Kommt. Es ist okay. Sie sehen uns nicht. Verdammt! Joel! Warte! Warte! Joel, hör an! Da! Lass ihn in Ruhe! Oh! Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du Hartz. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann hab ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier raus zu kommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay. Bring uns hin. Kommt mir nach. Jo. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts. Ich hätte wohl das gleiche getan. Wo kommt ihr her? Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Dann ausschne ich mich. Wiemalsjö. Das macht mich jetzt nicht weg. Wiemalsjö. Pour uns Dame. Ja, ich hab hier auch gefahren, ne? Haha, geil. Ja, nice. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt, wir sind der, ähm... Ich hab versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Es ist der Ehrenhalt. Oh ja. Okay. Oha, geil. Voll. Ja, nice. Jetzt das auch genug. Wir brich gleich in der Fremde, wo... Ich bin der Ende gefallen. Oh. Oh. Geil. Eie, warum kann... Oh mein Gott. Scheiße. Das ist nicht geil. Ja. Und... Ich geh dir so etwas... Jaaa... Pillen! Okay. Okay, ich kann hier... Oh, Moment, 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 Moment. Da ist ein Stück. Pferde Gungszeit? Schocken. Ah, wir sparen noch ein bisschen. Also Leute, könnt ihr an dieses Stelle sagen, was für diese Folge von der Lass-A-Fuss? Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, lasst mein Abo da, und dann sind wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.